Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Flingern-Nord. Das Objekt verfügt über einen Balkon, sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 2.240 Euro pro Monat. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Flingern-Nord.